In diesem Video geht es jetzt darum, wie ich mit Texten im Studium arbeite, um daraus zu lernen oder um darüber zu schreiben. Die ursprüngliche Art, wie wir ans Lesen herangehen, ist, dass wir eine Geschichte erwarten, dass wir literarisch lesen, einen Roman, ein Buch oder auch ein Sachartikel, um etwas über ein Thema zu erfahren. Effizienter ist das, wenn wir mit einer fokussierteren Haltung an das Lesen von Texten herangehen, die wir im Studium lesen. Da gibt es unterschiedlichste Methoden, einige finden sie in diesem MOOC dargestellt und ich möchte Ihnen eine näher bringen, die besonders nützlich ist, weil es darum auch geht, mit welcher Haltung nähern Sie sich den Texten in Ihrem Studium. In der Wissenschaft geht es nicht nur darum, Informationen aus einem Text zu kriegen oder eine Geschichte nachzuerzählen, die uns ein Text darbietet, sondern es geht darum, zielgerichtet Fragen zu beantworten mit dem, was in den unterschiedlichen Texten steht, die uns zur Verfügung stehen. Sei es, um darüber eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, sei es, um bei einer Prüfung Fragen beantworten zu können. Und die Methode, die ich Ihnen heute darstellen möchte, greift genau diese Haltung auf. Wir wollen einen Text interviewen. Das heißt, der Text ist nicht nur etwas Passives, das da liegt und das ich lese, sondern wir interviewen den Text auf der Suche nach Informationen, nach Antworten auf unsere Fragen, nach Informationen, die uns weiterbringen im Verständnis eines Gegenstandes. Das bedeutet, dass wir ungefähr so vorgehen müssen, wie es JournalistInnen beim Interview von Personen machen, die Sie zum Beispiel für eine Diskussionsrunde einladen wollen oder die Sie im Fernsehen interviewen zu einem gewissen Thema. Stellen Sie sich also vor, Ihr Text ist nicht einfach nur ein Text, sondern Ihr Text ist eine Person, die Sie interviewen, an denen Sie Fragen stellen und Antworten herauskitzeln möchten. Das bedeutet, bevor Sie sich vielleicht ans Interview machen, überlegen Sie sich, wen wollen Sie überhaupt zu diesem Interview einladen. Das heißt, Sie sondieren die Texte, die zur Verfügung stehen, die Lernmaterialien, die Ihnen zur Verfügung stehen und entschließen sich, wen lade ich zu einem Interview zu diesem spezifischen Thema ein. Sie haben vielleicht viele wichtige Texte im Studium, aber Sie strukturieren Ihre Leseweise, nicht darauf alles auf einmal zu erfassen, sondern Sie haben spezifische Fragen und interviewen die Textmaterialien mit einem spezifischen Fokus. Das bedeutet auch, dass wir eigentlich recht viel Arbeit vor dem Lesen, vor dem Lernen mit Texten leisten müssen, nämlich genau diese Übersicht, welche Texte passen wozu, wen kann ich zu welchen kleinen Fragen interviewen. Diese Phase ist die Vorbereitungsphase. Erst dann entscheiden Sie sich, okay, jetzt lade ich diese Textbausteine, jetzt ziehe ich diese Materialien heran, um meine Frage zu beantworten. Der nächste Schritt ist aber noch immer nicht das eigentliche Lesen, sondern bevor Sie ein Interview starten, überlegen Sie sich zunächst, welche Fragen wollen Sie stellen. Das heißt, Sie haben bereits Ihr Thema im Griff. Sie wissen, worüber Sie sich jetzt Informationen aneignen möchten. Sie haben bereits Ihre Interviewpartnerinnen ausgewählt, also die Texte und Lernmaterialien, die dazu gut passen, Ihrer Vorrecherche nach, und nun sind Sie dabei, die Fragen zu formulieren. Was wollen Sie eigentlich rausholen aus diesen Texten, aus diesen Lernmaterialien? Nehmen Sie sich wirklich Zeit, die Fragen auszuformulieren. Nicht nur in Stichworten, sondern am besten mit einem Fragezeichen am Ende, denn dieses Fragezeichen startet die Suche nach einer Antwort. Wenn Sie ein Fragezeichen am Ende haben, dann wissen Sie, okay, da fehlt noch eine Antwort und Sie sind viel aufmerksamer beim Lesen und werden mögliche, dazu passende Antworten, Lösungen, Informationen leichter entdecken. Wenn Sie eine Liste an Fragen haben, dann erst geht es ans Interview. Das Interview ist jetzt nun das eigentliche Lesen. Und hier rate ich Ihnen auch zu schauen, welchen Lesemodus habe ich denn hier? Weil wie am Anfang gesagt, es geht nicht darum, eine Geschichte zu hören, alles wahrzunehmen, was die Person jetzt erzählt, die Sie da interviewen, sondern Sie wollen spezifische Antworten von dieser Person. Das heißt, Sie fragen nach und Dinge, die nicht dazugehören zu der Frage, die Sie gestellt haben, die dürfen Sie auch einfach ignorieren, nicht lesen oder nachher rausschneiden. Das bedeutet, die Lesehaltung ist eine ganz andere bei dieser Art des Lesens. Es geht darum, den Text, die Lernmaterialien durchzuscannen nach Antworten, nach Informationen und nicht sich in jede Geschichte, die da dargeboten wird, hinein gleiten zu lassen, wie es beim literarischen Lesen üblicherweise passiert. Und auch nach einem Interview ist der Prozess des wissenschaftlichen Lesens, des Interviews mit Texten noch nicht abgeschlossen. Üblicherweise setzen wir die Antworten, die wir da finden, in Bezug zueinander, zu unserem Vorwissen, zu unserer Frage. Das bedeutet, man fragt sich, sind sich die AutorInnen der einzelnen Texte einig, was es meine Frage betrifft? Sind die Informationen, die ich bekomme, kohärent? Habe ich jetzt eine Antwort, die mich zufrieden stellt? Was bedeutet diese Antwort im Vergleich zu anderen Informationen, die ich jetzt bekommen habe? Das heißt, Sie bewerten die Informationen, die Sie aus Texten bekommen, vor Ihrem Vorwissen und im Zusammenhang mit den anderen Informationen, die Sie zu diesem Themenbereich bereits haben. Erst diese Erkenntnis, wie die Antworten einzuordnen sind, bedeutet, dass Sie sich Ihrem Gegenstand wirklich genähert haben. Das ist das, was wir eigentlich beim wissenschaftlichen Lesen anstreben. Eine tiefere Auseinandersetzung mit den Texten oder auch mit den Informationen. Auch wenn Sie nicht lesen, um eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, was Thema der anderen MOOCs in der Was mache ich hier eigentlich Serie ist, sondern für eine Prüfung lernen, ist es relevant, sich immer wieder zu fragen, passt das zu den Fragen, die bei der Prüfung gestellt werden? Kann ich mit diesen Antworten, die ich aus meinen Textmaterialien herausgeholt habe, die Prüfungsfragen auch wirklich beantworten? Was kann ich noch nicht beantworten? Was fehlt mir noch? Wenn Sie sich in einem literarischen Lesemodus einfach vom Text mitziehen lassen, wissen Sie zwar vielleicht am Ende, was da alles drinnen steht, Sie wissen aber noch nicht, wie gut es dafür geeignet ist, die Prüfungsfragen zu beantworten. Wenn Sie fragegeleitet mit diesem Interviewmodus an den Text herangehen, kommen Sie vielleicht auch darauf, dass Sie einige Fragen nicht beantwortet haben. Sie kommen vielleicht darauf, dass die Fragen zu allgemein gestellt wurden für die Inhalte, die hier in diesen Lernmaterialien vorhanden sind. So können Sie Ihren Lernprozess, Ihren Leseprozess weiter steuern und zielgerichtet fehlende Antworten suchen oder Ihre Fragen auf den Modus, der in Ihrem Studienfach und in den Texten Ihres Studienfaches relevant ist, anpassen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, Ihre Texte und Lernmaterialien zu interviewen und ich hoffe, Sie finden auf diese Art zufriedenstellende Antworten auf die Fragen, die Ihnen Ihr Studium und die STEOB stellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, Sie sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, Sie sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.